Ich will Sex, Abenteuer, ich will eine Freundin. Aber jedes Mal, wenn ich mit einer Frau spreche, die mir gefällt, oder mit ihr schreibe, oder mit ihr auf ein Date gehe, jedes Mal heißt es dann irgendwann, hey, du bist voll nett, aber mehr wie Freundschaft ist für mich nicht drin. Genauso ist es mir früher gegangen. Und es war zutiefst frustrierend und zermürend, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich anders machen kann. Alles hat damit angefangen, dass ich gemerkt habe, hey, wenn mir eine gefällt, dann möchte ich wirklich gerne ihr näher kommen, mit ihr schlafen, Abenteuer erleben, vielleicht in eine Beziehung kommen mit ihr. Und ja, war aber nicht so. Ich habe einfach keine gehabt in meinem Leben. Und ich habe aber bei anderen gesehen, bei anderen scheint es ja auch irgendwie zu funktionieren. Die gehen auch auf Dates und haben dann mal noch eine Freundin. Also wird das schon irgendwie gehen, das wird bei mir dann auch irgendwie klappen. Und ich habe dann tatsächlich eine kennengelernt, wo wir uns wirklich gut verstanden haben. Und ja, wir haben echt eine coole Connection gehabt, wir haben viel geschrieben miteinander. Und ich habe mir echt so gedacht, hey, das schaut gut aus, da könnte jetzt wirklich mehr entstehen. Und ja, dann haben wir uns ab und zu getroffen und so beim vierten, fünften Mal treffen, kann ich mich erinnern, da habe ich dann meinen Mut zusammengefasst und habe mir gedacht, so, und heute ist es soweit, jetzt probiere ich ihr näher zu kommen, jetzt probiere ich sie zu küssen. Und weil dann der Moment da war und ich mich dann überwunden habe und mich reingelehnt habe zu ihr, hat sie auf einmal ganz überrascht und abweisend reagiert und hat sofort so, hey, du, nein, ich finde dich zwar voll nett und ich finde es voll cool, dass wir so befreundet sind, aber mehr wie Freundschaft kann ich mir einfach nicht mit dir vorstellen. Und das hat mich wirklich getroffen, weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, es schaut doch gut aus und es scheint doch gut zu laufen, aber dann kommt sowas von ihr. Und es war sehr frustrierend, aber gut, ich habe das dann irgendwann einmal verkraftet und habe dann wieder eine kennengelernt und bei mir war es aber wieder genau das Gleiche. Als erstes habe ich mir gedacht, es schaut gut aus, passt gut und dann kommt aber irgendwann einmal ganz klar so die Abweisung von ihr, dass mehr wie Freundschaft sie sich einfach nicht vorstellen kann mit mir. Und das hat mich wahnsinnig frustriert, weil ich habe einfach nicht gewusst, was ich irgendwie anders machen soll, weil bei den anderen scheint es doch auch irgendwie zu funktionieren. Dann habe ich meinen Mentor kennengelernt und von dem habe ich unter anderem gelernt, wie wichtig es ist, dass man mit der richtigen Absicht und mit der richtigen Intention kommuniziert. Also, dass man es von Anfang an ganz klar macht, dass man eine romantische Absicht hat. Weil einfach nur nett und höflich und respektvoll zu sein, das ist zu wenig. Einfach nur so zu schauen, dass man gut ankommt und gemacht wird, das ist einfach viel zu wenig. Man muss klar kommunizieren, dass du ein romantisches Interesse hast, dass du entweder Sex haben willst oder dass du mit ihr in eine Beziehung willst. Also, dass es ganz klar in diese Richtung geht. Und das habe ich dann angewendet, das habe ich dann gemacht. Also, ich habe bei dem, wie ich mit ihr gesprochen habe, über welche Gesprächsthemen, wie ich sie angesehen habe, wie der Augenkontakt war, wie ich ab und zu mir so Bemerkungen gemacht habe, so spielerisch geflirtet oder wie ich sie berührt habe. Das war alles ganz klar. Ich habe kommuniziert, hey, ich will mehr. Ich will jetzt nicht der neue beste Freund sein, sondern bin daran interessiert, potenzieller Partner für dich zu sein oder eine Romanze mit dir zu starten. Und das hat für mich dann wahre Wunder bewirkt. Auf einmal war es so, dass es die Option, hey, ich kann mir nur eine Freundschaft vorstellen, nicht mehr gegeben hat. Das hat es einfach nicht mehr gegeben. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es mit jeder funktioniert hat. Nein, also das wäre unseriös, irgendwie so zu behaupten, okay, mach das und es wird mit jeder funktionieren. Nein, gar nicht. Es hat schon so mit einer von fünf ungefähr, die hat mir dann schon einen Korb gegeben oder gesagt, nein, es passt für sie nicht oder so. Aber das war ja okay, weil mit den anderen hat es gepasst und hat es funktioniert. Und da sind irrsinnig viele coole Erfahrungen dann entstanden und irrsinnig viele Abenteuer und ja, mit einer, was dann wirklich gut gepasst hat, bin ich dann auch in eine Beziehung gekommen und ja, das war einfach eine wahnsinnig coole Erfahrung. Und das ist eben das, um was es geht, dass man nicht hört, hey, ich will mit dir befreundet sein, sondern dass es nur die Optionen gibt. Wenn man sie trifft, weiß sie, es ist romantisch und auch sie trifft sie mit einer romantischen Absicht und wenn das nicht passt, dann sagt sie von Anfang an, nein, date lieber wie ein anderer. Das ist okay. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommuniziert man denn das eigentlich genau? Was sind denn die einzelnen Schritte vom Ansprechen bis zum Schreiben bis zum Date, damit ihr klar ist, dass da mehr entsteht? Dass es Richtung Romanze geht oder Richtung Beziehung geht? Und wenn dir das interessiert, dann habe ich genau zu diesem Thema nur ein ausführlicheres Video gemacht. Also nimm da einfach kurz die paar Minuten Zeit, klick auf das Video, ich habe es da verlinkt, das ist ja in den Kommentaren nur mal drinnen und dann erfährst du genau Schritt für Schritt, was denn jetzt die Schritte sind, damit dann mehr entsteht oder du mit der richtigen eben in eine Beziehung kommst. Viel Spaß damit.